Hallo ihr Lieben, hier ist Selvi von Selvies Babywelt und ich starte jetzt mal ein Experiment. Und zwar zeige ich euch, was ich bei eBay Kleinenzeigen steigert habe, nein, steigert nicht, ergattert habe. Und zwar war das eine Anzeige, Flaschen zu verkaufen. Da habe ich hingeschrieben, habe gefragt, was sie haben wollen und dann haben sie gesagt 5 Euro. Und als ich es heute abgeholt habe, war noch so viel dabei, was da gar nicht stand. Und unter anderem waren da jetzt auch Lätzchen dabei, zeige ich euch jetzt mal. Das ist hier so ein rosanes Winnie-Pool-Lätzchen. Ich habe mir die Ronja dazu geholt, die war ganz neugierig. Und ja, einfach ganz viele verschiedene Lätzchen. Ich weiß nicht, ob das jetzt klappt. Und das Experiment ist, dass ich jetzt mein Beleuchtungs-Stativ genommen habe und da die Kamera einfach dran gebastelt habe. Und ich jetzt sozusagen filmen muss, ohne dass ich sehe, was gefilmt wird. Und das ist ein bisschen für mich noch fremd. Und ich muss jetzt einfach mal beobachten, wie ich das hinkriege. So, hier wie gesagt ganz viele Lätzchen. Dann sind das hier so große Lätzchen mit Ärmel und Kleckertasche. Das grüne, dann ein blaues und noch ein blaues. Und ein rotes. So, dann war dabei das Stapelspielzeug hier. Und das hat unten immer Löcher, sodass man das auch schön mit in die Badewanne nehmen könnte, wenn man das möchte. Dann noch zwei Bote. Auch für Badebahnspielzeug. Dann ein Kühlbeißring. Ich probiere das jetzt einfach mal. Das ist ein Testvideo. So rasseln. Noch eine andere Rassel. Wie ein Autosüssel. Ja, guck mal. Quietscht. Und knackt. Ich hoffe ihr könnt das sehen. Dann zum Schuhe ausmessen. So ein Ding. So eine Schablone. Dann war dabei noch so Ersatzringe von den Nuckflaschen. Und so Ringe und Deckel. Kennt ihr. Und noch so viele verschiedene Deckel von den Nuckflaschen. Dann zwei Trichter zum Einfüllen in die Flaschen. Zwei. Dann waren noch zwei Packungen Sauger dazu. Und jetzt kommen die Flaschen. Und da fange ich hier mit denen an. Oh Gott hoffentlich. So. Das sind alles Nuckflaschen. Süß. Mit Tettibärchen drauf. Aber ich hoffe echt. Ich muss das jetzt nicht gleich nochmal drehen. Aber naja. So. Und dann. Ja. Total süße Mickey Mouse Flasche. Einmal blau. Und einmal rot. Dann Winniepoo Flaschen. Drei Stück. Und das ist auch mein absolutes Highlight. Ich finde die so süß. Und noch die letzte. So. Dann wird die Ronja euch noch ihr Kissen zeigen. Habe ich das eigentlich genäht für echte Kinder. Damit die, wenn die im Auto sitzt oder im Fahrrad sitzt oder irgendwo wo sie halt sitzen, wenn die einschlafen, dass der Kopf halt nicht so wegknickt. Ist das so ein Kissen. Kann man hier aufknöpfen. Und. Ich finde es aber so toll. Dass das nicht wieder abmachen will. So. Damit sagen wir tschüss. Und bis ganz bald.